Hallo liebe tiefste Freunde von der neuen Ausgabe von VRFootball. Ja, mit dem Spitzenspiel sind wir zurück. Das wird mit Sicherheit nicht einfach werden, denn die sind stärker als wir. Und das, ja, wird interessant werden. Ich bin immer gespannt. Und da müssen wir überlegen, ob wir wirklich jetzt hierher gehen und hinten da ein bisschen absichern. Eine Fünferkette, überlege ich gerade. Lassen wir so, das ist okay. Ja, das lassen wir alles. Das ist okay. Hier machen wir wieder bitte Erholung. Jetzt lassen wir hier alles. Da machen wir wieder bitte Technik. Genau. Das ist ein bisschen in der Fünferkette. Würde ich vorklagen. Eine Doppelfitze vorne. Ja, dann kompakt. Dehnen. Also, ich würde jetzt sagen, wir machen das so. Wirklich in der Mitte. Genau. So, dann machen wir hier den Schwabel. Ja, Defensiv. Dann machen wir hier alles zu, was geht. Dann nehmen wir den Stahl noch mit rein. Den lassen wir. Und dann machen wir hier Doppelspitze. So. Genau. So würde ich es mal vorklagen. Der Gegner spielt so ähnlich, ne? Sehr gut. Okay. Gut. Dann geht es weiter. Neutral wieder spielen. Okay. Jetzt spielt den Stern und direkt die Pässe. Ich mache das mal wieder punktuell, würde ich sagen. Ich mache das mal wieder. 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 Okay, Spiegel stören, alles klar. Damit dürfen wir aber nicht so viele Outs machen. Brauchen wir die ganze Kerle, das wird mir reichen. Eine Doppelspitze, deswegen bitte so. Dann ein unglaublich wichtiges Spiel. Der Fokus ist klar. Und, go. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir kurz die Taktik ändern. Weil so wird das nichts. Dann wird das immer machbar. Immer noch. So, mehr Pressing bitte. Keine Chance bis jetzt. Was lassen wir? Heute geht's. Oh ja. Erste Schollze. Oh ja. Jetzt muss ich kurz überlegen, was wir machen könnten. Den Weizmüller vielleicht da rein. Die Frage ist nur für wen. Ähm. Wie ist denn der? Da fehlt's wieder hier. Super. Ähm. Da nehmen wir den Schwabel raus. Und dann stellen wir mal kurz rum auf so. Genau. So machen wir das mal. Okay. Okay. Go. Oh oh. Erste Angriff in der zweiten Halbzeit. Einiger Glatze. Jetzt. Super. Klasse Sieg. Oh. Ähm. Super. die besten Fans natürlich, ist klar leistet, gute Arbeit ja, wunderbar damit kann man wunderbar leben und der nächste Brocken kommt gleich mit Leute führt schlechter als wir sind auf zwei und treiben, weiterbildung so, nächste Runde hier machen wir wieder Erholung hier machen wir bitte Gymnastik ok, wir brauchen deine Personalabteilung noch mehr Mitarbeiter ja, das machen wir so, dann wollen wir mal gegen den Tabellenzweiten wie spielt denn der dass die so stark sind, hätte ich auch nicht gedacht ich möchte aber wieder mit der Fehlerkette spielen und dann machen wir das mal anders wir werden mal was probieren und zwar ja, wieder so, schon mit Offensiv warum nicht genau warum nicht wer nicht wagt, der nicht gewinnt ok, das passt wir machen das so ja, kein spezielles Ort ja, was machen wir denn heute wir machen wir machen wir haben gut minimiert und sind taktisch optimal vorbereitet wir müssen auf jeden Fall gewinnen das hilft alles links in der Weltzweiten Leute das ist das ist das ist ok ok äh warum lassen das so weiter geht's Hallo, jetzt haben wir uns die Vorsehe. Kann doch nicht wahr sein. So, wir müssen was machen, wir machen mal den Stahl raus, werden da ein bisschen umstellen hier, muss ein bisschen offensiver werden. So, yes, heilenglatze. Ball weg. Oh man. Was ist denn hier wieder los? Oh man, 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 man. So, wir müssen jetzt wechseln. So, ja. Gucken wir's mal. Und hier bitte direkt. Das ist ja ein. Und der hinterher, komm. Ah. Hab's halt. Äh, Mann. Das fühlt so schwer, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Hallo? Wir machen hier Pause. Stopp. Ja. Gott sei Dank. Nur 2-2. War schade. Schweinfeld hat nämlich verloren. Ah, Mann. Schau, sie verzahnen. Ja. Kann nur falsch liegen. Was ist das? Okay. Oh ja, eine Stufe höher, stärker, sehr gut. Gut. So. Wir machen weiter, in der nächsten Woche. Ja. Ah ja, genau. Stimmt, wir wollten ja noch ein... Mann suchen, hier. Da ist auch einer über... über V104. Ja, das passt soweit. Ja. Das würde ja... Mal noch einstellen. Go. Uff. Ach so, ein 60.000. Nein, im Kontos Willen. Nice. Irgendwie über die da. Ein bisschen günstiger. Okay. Okay, go. Tja, wollen wir mal schauen, wie es hier weitergeht mit dem nächsten Spiel. Rookie des Monats. Ja. Schön. Das hilft mir jetzt auch nicht. Ja. Ja, wir... Bleiben wir so, oder bleiben wir nicht so? Also, schlecht war das eigentlich gar nicht. Ja, wir bleiben so. Der Richter, den hätte ich gerne hier mit drin. Vorne. Okay. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Das lassen wir alles so. Meine V... Ne. Unnötige gelbe Karten, bitte. Genau. Das brauche ich. Und, go. Machen wir hier wieder Mannschaftsaufstellungen. Äh... Die Stürmer decken wir. Der Rest bleibt so. Let's go. Let's go. Let's go. Sehr gut. hallo das bleibt so yes mann 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 so wir nehmen wieder veränderungen vor und zwar hätte ich jetzt gerne mal den ansprach für den schwabel auf jeden fall und dann würde ich sagen machen wir das mal so jetzt so wir werden jetzt mal ein bisschen wechseln und zwar den ein bisschen was Gross. Ey 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 ey. What? Und, wer lehrt es da? So ist Fein. Oh ja, da haben unsere Fakte verbessert, das ist gut. Ah ja, das wollen wir weitermachen. Das ist nicht egal, das passt, wunderbar. Sehr gut. Wunderbar. Eine neue Fähigkeit. Was haben wir denn hier? Motivation. Will er besser machen? Wann nehmen wir das da oben? Das hier? Wann nehmen wir das da oben? Effektiver. Wann nehmen wir das da oben? Kein Spiel heute, in dieser Woche. Wunderbar. Kann ich hier ganz runter hier die Woche gestalten. Pass auf. Schauen wir mal kurz die Verträge an. Ja, mit dem will ich auf jeden Fall verlängern. Vertrag verlängern. Genau. Das machen wir hier. Mit dem Kurtschaden sowieso. Das machen wir hier. Und sollte man noch, wen können wir noch brauchen? Dann natürlich den göttlicher. Dann machen wir hier. So, die drei erst mal. のはsegelbe. Oh. Der Fight Club soll man sich machen am Samstag. Nö, ich bin Spiele. Ne, sag's mal, oder? Und haben wir jetzt andere Probleme. Flanken. Machen wir hier mal. Äh. Kopfball. Boxball Ecken Ecken So Mal hier kurz ein paar Ecken üben So Okay. Nächster Vertrag, Gattenturtschein, das ist ganz wichtig. Ja, okay. Eigentlich habe ich noch eine Idee. Ja, sehr gut. Ja, können wir akzeptieren. So, die Woche ist auch vorbei. Okay, dann schauen wir mal in die nächste. Die klappe noch. Oh, okay. So, okay. So, okay. So, gegen 15. So, okay. So, okay. So, weiterbildung ist auch klar. So, okay. So, okay. So, okay. So, nächster Spieltag. So, okay. So, aus meiner Sicht können wir so bleiben. Also, es ist kein Grund, da was zu ändern. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, wir wechseln wir mal die beiden aus hier mit dem Weltsmüller und dem Göttlicher rein. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. Go. Riesen-Schurz hier. Fehlpass. Auf geht's, sind wir 10. So, der Hain, der... Der Hain wird gelobt. Der Schwab will mich ein bisschen ärgern, in Anführungszeichen. Ein bisschen schimpfen, du, 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 dann kannst du's besser. Das ist ja der Hain. 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 Und endlich Weizmüller, oder Weizmüller, besser gesagt. Sehr gut. So, Auswechslung, nehmen wir mal, ja eigentlich, ich nehme den da jetzt raus, naja, den Hopsch könnte man reintun für den Hain, mal zwischendrin, ja genau, und dann machen wir hier mal Richter für Schwabe, so. Also, einfach mal ein bisschen durchwechseln, nein, das heißt nicht, dass ihr jetzt angreifen sollt. Ball weg! Weg damit! Oh, Mann! Jawohl, weiter, ja. Siegreich! Mit Dussel, aber ist es leicht. Und wir bleiben Erster, wichtig. Wunderbar. Ja, damit endet diese Folge. Ja, mit dem Tag noch, Achtung. Und was haben wir? Nichts mehr. Gut, dann sage ich, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.